Moin Moin und Hallo! Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ein ArtRacer am Huawei P30 Pro durchzuführen ist. Das heißt, wenn es mal zum Freeze kommt, keine Funktion mehr da ist, dann kann das euch helfen. Auf der rechten Seite habt ihr den Volume Up, Volume Down Button und den Power Button. Ihr drückt jetzt den Power Button und den Volume Up, also den Lautstärketaste nach oben. Permanent zusammen, Lautstärke nach oben und Power Button, bis ihr das Zeichen von Huawei sehen könnt. Das dauert ca. 8 Sekunden. Jetzt lasst ihr, sobald Huawei zu sehen ist, den Power Button los. Haltet aber trotzdem noch den Volume Up, also den Lautstärke nach oben Taste gedrückt. Solange bis ihr im EMUI-Menü seid. Hier habt ihr vier Möglichkeiten. Diese könnt ihr erreichen, indem ihr nach oben oder nach unten mit der Lautstärke Hoch- oder Runter-Taste euch bewegt oder direkt mit dem Finger drauf tippt. Oh, das haben wir also. Wir haben Reput System Now, wir haben Wipe Data Factory Reset, damit zurücksetzen. Wipe Schwabli Case, das heißt den Case löschen und ganz unten haben wir den Safe Mode, das heißt also den Sicherheitsmodus. Die solltet ihr nach und nach durchgehen. Erstmal rebooten, dann Factory Reset, vorher vielleicht noch clearen oder auch in den Safe Mode booten. Ihr versucht alles durch. Der Reset selber, also der dritte Reiter, sollte als letzte Möglichkeit sein, denn danach ist alles weggelöscht. Bei den anderen Sachen sind eure Daten noch auf dem Handy. Und hier seht ihr, es bootet wieder ganz normal und danach haben wir wieder Zugriff auf das Handy. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir positives Feedback und bis zum nächsten Mal. So und so.